Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Overwatch. Wir haben hier wieder Cookie dabei. Hallihallo. Der langweilige Doomfist. Ich kann nichts dafür, er hat halt ne goldene Frau. Ich bereite mich schon mal auf Rizz Alpha, die kriegt ne Me-Buffs. Ach so. Aber wir haben einen Fluffy-Bear bei uns. Fluffy, Fluffy. Fluffy is amazing. Wir haben auch unseren Nemesis im Team. Der Nemesis. Und wir haben einen Kryptonit im Team. Ja, ja, Kryptonit. Das heißt, das ist schön gesagt. Die Projektile von Rizz Alpha sind nämlich demnächst 20% schneller. Oh, ho, ho. Und dann ihre Barriere ist nochmal 20% größer. Okay. Das ist riesig. Das hast du. Ja, hab ich schon alles gesehen. Genau, wieder ein Deathmatch-Mode und alles. Deathmatch-Mode? Und was passiert dann? Ja. Da fehlest du feaden. Ja, du auch. Kannst du endlich feaden. Ne, ich nicht. Ja, du feadest immer. Das ist noch alles. Ich besser bin als du. Das denkst du auch nur. Ja, ich kann's beweisen. Ach ja? Schau dir meine Ehler an. Das ist der leichteste Beweis, um zu sagen, ja, ich bin besser. Ja, ja, das sind diese typischen. Ich hab Proof. Proof. Ich hab alle Goldmedein. Nicht geprüft. Ne, du hast nicht geprüft. Fuck your medals. Ja, ja, genau. Fuck your medals. Fuck your rank. It rank doesn't matter. Ha! Da. Dein Lieblingsans. Ne, hast du immer so gesagt? Jetzt hast du Pech. Jetzt hab ich dich damit selber getisst. Ha! Oh mein Gott, die stehen alle. Die stehen hier alle. Die stehen hier alle. Die sagt trotzdem ob du. Gut oder schlecht bist. Was? Wieso ist die nicht gestorben? Aber die sind ja alle oben. Ich hätte es doch früher sagen können. Ja, hätte ich, aber das war mir vollkommen egal. Ich wollte erstmal den Fiesling kaputt machen, aber hat nicht geklappt. Dann sag es doch. Ja, hab ich doch. Ja, du bist immer so ein Anti-Made. Ja und? Das hab ich alles von dir gelernt. Weil du ja so gut bist. Weil sag wann. Immer. Du bist immer ein Anti-Made. Ach, ich doch nie. Doch. Ich bin immer das, was unser Team braucht. Ja, ich auch. Ja, was braucht denn unser Team? Ja, vielleicht ein Healer. Du bist immer. Wer braucht keinen Doomfist? Ich weiß ja nicht, was für ein unterschämter Mensch du bist. Doomfist ist immer wichtig. Ohne ihn würde es keine Faust mehr geben. Da ist doch sicherlich jemand rausgelaufen. Oh shit. Was war das denn? Geil. Das ist doch. Stimmt. Wie schön. Ich will mit E auf ihn angreifen und fliege in meine Verdammnis. Supercabra haben wir hier. Kryptonite. Und du stirbst in lautlosen Gebet. Ja, das ist voll cool. Sieh, dein Bot ist unzünd. Aua. Guck mal, die erwarten gleich nicht an, dass wir hier von links kommen. Fuck. Fuck gegen ihn. Oh Gott. Ja, Reinhard. Das ist ein Bot. Der steht da einfach nur. Echt? Ja, wir haben hier ne... Der steht da die ganze Zeit mit dem Schild. Das muss ein Bot sein. Das Schöne ist, ich hab nen, ähm... Da war ein Doomfist und ne Tracer draußen. Ich bin nun Servi. Und wofür soll man bitteschön botten? Damit man Punkte bekommt, Level, Lootboxen. Man selber muss nichts machen. Boah, warum haben wir das nicht? Was? Weil mir mein Account noch was wert ist. Was? Wo? Warum? Weshalb? Warum ist dein... Ja, weil ich sonst wieder neu hinkaufen müsste. Ach, ist ihm so. Soll ich mit Torbjern in den Angriff? Oh. Ich bin nicht fertig. Just has been done. Nee, das ist mir zu langweilig. Ein bisschen Action brauche ich dann doch noch. Aber er bewegt sich wieder. Ist doch kein Bot. Da kommt gleich ein Fiesling von oben. Was für ein Fiesling. Ja, der ist hier nur ein Kuscheltier. Ja, der ist hier nur ein Kuscheltier. Da trifft das nicht. Me-Diore-Strike. Bye-bye, Dumi. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Dumi. Bye-bye. Bye-bye, Dumi. Goodbye, Dumi. Goodbye, Dumi. Ja, goodbye, Dumi. Bye-bye, Dumi. Hellooo. Hellooo. Dann nimm mal deinen hohen Grund da. Ich kann nichts dafür. Und die Tracer ist aus Versehen auch tot. Ich wurde gerade... Die haben nen Torbjörn, ne? Die haben nen Torbjörn. Ich arbeite schon. Ja, tu das mal bitte. Kennst du das Bild, wo Torbjörn gefragt wird, kannst du meinen Toaster reparieren? Und dann mach dein Mini-Turret raus? Und jetzt voll am Verzweifeln, das ist voll geil. Kann ich dir mal später schießen. Komm, heal mich, Anna. Ich glaub, da kommt ein Draher. Brauch mit ein bisschen Heals. Egal, wie oft ich auf diesen Scheiß denken stehst du, ich mach nicht genug Schaden. Team Arm for Special Attack. Team Arm for Special Attack. Was ist denn hier gerade los, Alter? Ist vorbei. Wo ist denn der Junge? Direkt vor deiner Nase. Ja. Tja. Was war es wohl? Puh. Easy. Easy. Ja, ich bin mal so dreist und sag easy. Aber das lag an dem Nemesis. Ist doch egal, Alter. Ist auf jeden Fall ein besserer Dumpf. Ja. Hätte ich aber auch nicht viel gemacht. Nö. Nö. Und dich auch noch. Also. Ja. Hast du ihn so gefiedert, deswegen war er so stark. Ach ja, gefiedert haben wir den jetzt auch noch. Ja, du hast ihn gefiedert. Hätte so viel Selbstbewusstsein. Ach so. Selbstbewusstsein gibt's jetzt ja auch noch. Hängt mal noch ne Folge dran? Oder ne? Ja. Im nächsten Match wieder. In einem parallel Universum wäre das vielleicht möglich. Ach so. Okay. Okay. Gut. Cool. Ansonsten musst du dich mit der In-Game-Welt zufrieden gehen. Dann kann er auch auf die Erde kommen. Die gute alte In-Game-Welt. Boah. Schon wieder. Rising Uppercut. Ja, guck mal. Dann picke ich jetzt Orizi. Oriiii. Oriiii. Ja, weißt du was ich picke? Hanzo. Oh Gott. Wir haben nen Wett-Tun dabei. Was sollen wir denn tun? Es ist ein Wett-Tun. Ha. Fahrer. Hast du mich verarscht? Das ist McCree. Warum wusste ich, dass du McCree pickst? Weil McCree einfach der Killer ist. Ist er auch. Ich hatte heute auch ne Aufnahmen, aber ich musste sie leider wegschmeißen, weil im Voice-Chat alle komplett eskaliert sind. Ja, und? Verstanden? Verstanden? Das ging nicht. Fettshaming und so. Ja, ja genau. Fettshaming und noch härter. Da hast du ja die ganze Zeit nur irgendwelche Ackbars gehört, Alter. Das war schon echt traurig. Du Ackbar oder was? Ich war das. Ich bin da. Ich bin da. Irgendwann hat der eine dann auf Russisch angefangen mit, ich ficke deine Mutter. Dann hat der andere angefangen auf irgendwie Kipptisch oder so. Ich bin da. Ja, was ist denn hier los? Und dann hört man nur noch irgendwann so ab bei 5 Minuten. Alle, alle. Ich so. What the fuck is here wrong? Ich habe mich wie... Mal gucken was ich hier eingestellt habe. Oh Gott, das ist ein wunderschönes Fadenkreuz. Ich sterbe. Das ist mehr ein Kunstwerk als ein Fadenkreuz. Wir kommen vom... Ab... 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 Wo ist denn der Junge schon wieder? Der ist schon wieder abgehauen. Boah, dauert das Nachlein lange. Die Junge hat das Nachlein lange gedauert. Die Alte wäre voll tot. Nein, ich leite erst mal 3 Sekunden nach. Der Mann mit dem Hut ist da. Der Mann mit dem Hut ist da. Ah ne, er ist tot. Du wurdest von M&M umgebracht. Ich weiß. Ich hatte auch keine Heals. Das tut weh, ne? Der Healer ist schuld. Achso. Jetzt shamed da auch noch den Healer. Ich shame immer Healer. Ich bin Heal shaming. Sicherlich... Sicherlich wartest du nur darauf, dass hier jemand kommt, ne? Den du dann wählen kannst, der das dann noch begünstigt. Also gerade sieht das echt doof aus. Ja, von der du den Healer sterben gelassen hast. Der Healer stand vor mir. Der Healer ist schuld. Der ist schon tot. Was? Steht der sein? Geht das halt nicht. Geht schon, aber wir sind nicht... Wir sind nicht wie eine wahre Einheit. Ja, weil wir keinen Healer haben. Ciao ciao. Wann hätte ich gekannt zu haben. Not today, son Alter Wie kam die Tracer denn mit, Alter Das ist aus, als würde sie sich an Reinhardt festhalten Sehr interessant Da hat Deadpool mich einfach weggerannt I am not ready to be deactivated Meiner Freund I am not ready to be deactivated Oh mein Gott, er hat ein Hai nun hingekriegt Und er hat Dr. Denglish umgebracht Ich hab die Goofy, Alter, wenn du willst, stirb Hast du was gegen Goofy, Mann? Hast du was gegen Goofy, Mann? Kann ich nicht mehr Ja, bist du auch so nesen Ja, du auch Ja, und? Dann bist du Rischi-Aer Sicherlich bist du gleich wieder Rasenmähen Ich pingst gleich die Gegner Rasen Oha Wie hat sie das denn jetzt gemacht? Für eure eigene Sicherheit stehe ich hier rum Please move me on the barrier Ja, I am not ready to be deactivated Warum nicht? Tja, Mädel So macht man das? Ja, ich hab überlebt, ich hab die Ult überlebt, obwohl sie an mich geklebt war So macht man das Ich stehe hier die ganze Zeit oben in diese Ecke Ja, und tu's nicht Hallo Reinhardt Hahaha, die Assi ist von oben Bye-bye Doomfels Bye-bye Doomfels Bye-bye Doomfels Bye-bye Doomfels Uiieee Alter, Alter, ich bin awesome, ja war es auch und ich hab die ganze Zeit getankt, ich war so richtiges Tier. Weiß ich warte jetzt bis wir gleich wieder kommen und dann geh ich gleich wieder in die Ecke. Gönn dir das. Rising Uppercut Group App für Special Delivery Nice, 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 aber das wollte ich jetzt dann doch nicht. Komm her Saria, Saria, Schiri, Le Saria, oh mein Gott. Schwierigiges Target. Wo bist du Tracer, komm mal her. It's coming. Miguel, son, nein. Aber mein Fall ist ein bisschen schlecht. Ist es das? Warum? Erkläre. Ich hab das Gefühl, es trifft. Was für ein Satz, ich glaub das war ein Kreuz so schlecht, weil es trifft. Shit, ich bin in einer engen Gegend. In einer engen Gegend? Ja. Wie hat sich das denn angefühlt so eng? Wie ein Deadpool. Ha. Du verstehst immer sofort alles falsch. Warum? Weil du das immer tust. Nein, ich habe nur nachgefragt, wie das so ist in dem engen Leben. Nein. Männisch? Also, dass du da jetzt interpretiert hast, dass ich da sonst was... Du mit dir deinen Microaggressions, so geht das nicht. Ja, ja. Gib dir gleich Microaggressions. Fuck, ich wurde gehackt. Aber ich hab mein Ziel erreicht. Cease your existence! Cease your resistance! Ich verstehe das durch dich nur noch, Alter. Ja. Siehst du, verstehst du mal alles falsch? Ja, durch dich. Ich sag immer, cease your resistance. Ich bin der wichtigste, oh shit. Klar, bist du der wichtigste. Ja, bin ich auch, Alter. INGIE. DIi wichtigste, bitte. Ja, die Wichtigste. Ich bin auch eine Orissa. Ja. Alter, der olle Hanso hat mich jetzt umgebracht, bevor ich meinen Solarstrahl umbringen konnte. Alter, das geht hier ab wie ein Zäpfchen. Endlich. Oh, er hat eine Tracer umgebracht. Alle bitte klatschen. Aber Havoc ist zu stark. Havoc hat einfach mal eine Pocket Mercy dabei. Der kommt trotzdem noch. Dr. Denglish. Ui, ja. Kann ich nicht gerade noch ein Genshi? Ja, der ist vor mir. Hallo, Sombra. Ciao, Sombra. Ja, ist so. Überlegen hier. Pass auf, da kommen Bomben. Puh. Ich glaube, wir scannen keine Bomben. Ne. Wir scannen nur Klappstühle und Rauchpfeifen. Grab den Klappstuhl aus. Ich habe einen Fernrazer umgebracht. Ich habe einen Fernrazer umgebracht. Meteor Strike. Oh mein Gott. Komm doch her, Junge. Bam. Oh mein Gott, das sind zu viele. T-Shirt Distance. T-Shirt Distance. Yes. 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 Ich bin best Orisa EU. Ich habe 8 Goldmedaille. Ja, von hinten. Ja, ja. Von hinten. Ich glaube, sie ist ein Spieler, der von ganz hinten sich hochgespielt hat. Er hat einfach nur verloren, bis er irgendwann oben war. Wo das System einen Bug hatte. Ja. Oh. Oh, wie sweet. Alles durch mein Tanking. Ja, klar. Ohne mich? Ja, ja. Ich muss lieber Tracer. Tracer hat mehr getan. Ne, ich mache lieber Dr. Denglish. Das ist Dr. Denglish. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.